Das Kamalitenkloster – Geschichte Pfalzgraf Hermann von Höchstadt-Stahleck war sprichwörtlich auf den Hund gekommen. Weil er sich mit den Erzbischöfen von Mainz angelegt hatte, verurteilte ihn sein Neffe, Kaiser Friedrich Barbarossa, wegen Landfriedensbruch. Zur Strafe mußte er persönlich einen Hund von einem Gau ins andere tragen. Offensichtlich hat diese Entehrung bei dem Pfalzgrafen einen Sinneswandel hervorgerufen. Er trat in das Kloster der Zisterzienser in Ebrach ein. Nach seinem Tod bestimmte seine Witwe den Besitz zur Gründung eines Klosters in Bamberg. So entstand das Kloster St. Theodor. 1525 plünderten aufständische Bauern das Frauenkloster. Der Klosterbetrieb wurde noch bis 1554 aufrechterhalten, danach wurde die Abtei aufgelöst. 1589 zogen Nonnen aus dem Karmelitenkloster in der Au in die verlassenen Gebäude. Der Konvent wurde berühmt für seine Bibliothek. 1593 bekam das Kloster einen eigenen Anbau für die Buchbestände. Unter Leitung von Leonard Dienzenhofer erfolgte zwischen 1692 und 1702 die barocke Umgestaltung der Klosterkirche. Mit der Säkularisation von 1803 endete das Klosterleben erneut. Die Bayerische Militärverwaltung übernahm die Gebäude und nutzte sie unter anderem als Lazarett und Kaserne. 1902 erwarben Karmeliten aus Straubing den Klosterkomplex. 2017 sahen sich die Karmelitenmönche gezwungen, das Kloster mit den rund 6000 Quadratmetern Nutzfläche an einen Investor zu verkaufen. Die Kosten für eine Sanierung waren zu hoch. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos. Kartierort Untertitel Karteierort 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 Karteierort